Yo Leute, was geht ab? Wir waren am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, ich weiß, das Format hier ist schon länger als einen Monat her. Ich will mal ganz kurz was dazu sagen. YouTuber des Monats kommt halt auch nur, wenn ich jemanden gefunden habe, der es verdient hat, YouTubers Monat zu werden. Ich werde es halt nicht so machen, wenn ich keinen finde, nämlich random irgendeinen. Und Leute, das wäre total dumm. Da halt eine Pasta und einen YouTuber zu finden, ist eh immer total schwer. Aber jetzt habe ich wieder einen richtig freshen gefunden und deshalb haue ich jetzt für Dezember einfach noch schnell eine Folge raus. Und Leute, ich muss dazu sagen, der folgende YouTuber jetzt ist ziemlich inaktiv. Viele würden sich jetzt wundern und sagen, hey, was soll das denn? Warum nimmst du jetzt auf einmal inaktive YouTuber? Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt locker 10 Videos von ihm angeguckt mit Leuten auf meinem Teamspeak und wir feiern sie so hammerhart. Ich habe nämlich einfach mal random wieder Evive-AD auf YouTube eingeben, einfach mal geschaut, was Leute so zu mir hochladen. Und da habe ich ein Video gesehen, da hat er mich gephotoshoppt. Und da war es in der Art und so schon so voll, ich habe es mega gefeiert. Keine Ahnung, ich habe seinen Kanal einfach ausgecheckt und habe mich sofort verliebt. Und ja Leute, ich labere schon die ganze Zeit von Videos. Der Kanal, um den es heute geht, der heißt Cakeman. Wir haben auch eine Scheiße und ich feier seine Videos so unnormal und ich würde sagen, guckt einfach jetzt mal schon mal hier rein. Ich bleue dürfen. Eine Million Business Boom, bin ein Leipzig King, dumme Jacke, weißes Bateshirt, immer noch die Däden nöt, schlafen bis dran. Wow. Hallo. Ja Leute, das war das Format. Ihr nehmt einfach Musikvideos von YouTubern und synchronisiert die neu mit, ja ohne Beat quasi und macht die Stimmen natürlich auch selber. Das hört sich so witzig an. Ich habe mir jedes scheiß Video angeguckt. Andererseits macht er aber allerdings auch Vlogs und ganz normale Sachen und die ich auch mega feier. Leute, checkt da auch nochmal kurz rein. Ho, ho. Sag mal, hast du noch alle Rentiere im Stall oder wat? Kannst du mal aufhören, immer auf einem Dach zu landen? Warum ist dir das so wichtig? Weil mein Roof kaputt geht. Nicht deiner. Viel Spaß beim Outro, ich liebe Freude. Und immer dran denken. Follow me and everything is all right. Tschüss. Ja Leute, was soll ich da noch sagen? Ich habe ihn einfach mega gefeiert. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich nehme ihn jetzt dran. Er ist inaktiv, Leute. Aber ich denke mal, wenn wir zusammen als Community alle seine scheiß Kommentare voll sparen mit Mach wieder Videos, du. Dann wird da wahrscheinlich auch wieder das eine oder andere Video raushauen. Wenn du das jetzt hier siehst, dann melde ich dich auf jeden Fall mal bei mir. Ich fand es echt cool, wenn wir auch irgendwie Kontakt bekommen würden. Ich feiere dich richtig krass. Und wer weiß, Leute, vielleicht machen wir mal ein Video zusammen oder so. Aber ja, checkt seinen Kanal ab, gebt ihm auf jeden Fall ein Abo und schreibt unter wirklich alle seine scheiß Videos. Er soll wieder Videos machen, Leute. Wir müssen das zusammen hinkriegen. Hashtag EviveArmy auf jeden Fall am Start. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Haut da rein und ja, macht's gut, Leute. Ciao.